Musik Heute ging unsere Reise in das kleine Paradies Grütendorf. Der Ortsteil Grütendorf mit seinen gut erhaltenen Fachwerkhäusern ist eine große intakte historische Siedlung auf Harner Stadtgebiet. Die meisten der Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Das Dorf ist auch als Perle des Bergischen Landes bekannt. Der historische Kern von Grütendorf befindet sich im Tal der Düssel im Kreis Mettmann. Das älteste Haus im Dorf ist das Haus am Quall. Ein Teil des Gebäudes entstand bereits ab dem 14. Jahrhundert. Die Entstehung der Siedlung wird ungefähr auf das Jahr 1000 geschätzt. Über die Herkunft des Namens gibt es nur Vermutungen. Über Jahrhunderte war der Kalkabbau die größte Einnahmequelle. Kleinere Gruben und auch Steinbrüche sind heute noch im Düsseltal erkennbar. Viele der schwarz-weißen Fachwerk- und Schieferhäuser sind im 17. und 18. Jahrhundert erbaut worden. Hinweistafeln an den Gebäuden erzählen den Besuchern ihre Geschichte. Auf dem Wappen der Gemeinde Grüten ist als Symbol für den ehemaligen Kalkabbau eine nach links ansteigende Felswand abgebildet. Nach einer gemütlichen Dorfbesichtigung bietet das Café im Dorf köstlichen Kaffee und Kuchen und eine Gelegenheit für eine Rast. Während unseres Drehs sind uns einige Wanderer und Radfahrer begegnet. Durch den historischen Kern von Grüten fließt die Düssel. Die Düssel ist ein rund 40 Kilometer langer rechter Nebenfluss des Rheins. Auf dem Friedhof ist der romanische alte Kirchturm zu finden. Der Turm gehörte früher zur ehemaligen Kirche Alt-Sankt Nikolaus. Die weiß gestaltete evangelisch reformierte Kirche aus dem Jahr 1721 ist einer der beiden Kirchen im Dorf. Die größere römisch-katholische St. Nikolauskirche stammt aus dem Jahr 1879. Während unserer Dorfbesichtigung sind wir auf diese interessante kleine Mineralien- und Steinsammlung gestoßen. Der kleine Park im Dorf lädt zum Verweilen an. Für alle, die ihren Ausflug fortsetzen möchten, bietet sich das angrenzende Naherholungsgebiet Neandertal an. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden. Und dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Und dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen.